Vielleicht muss ich einfach ganz oft verlieren, dass ich Bronze Noob werde, also das niedrigste was es gibt und dann kriege ich vielleicht auch mal wieder keine Pre-Made-Teams, der sieht eigentlich auch cool aus, Magma, ich nehme mal wieder den Kosmos, ja, ich schon länger nicht. Ein Bostaler. Oh, da muss noch ein Leerzeichen hin, zwischen der Anzahl und den Bostalern. Zwei, ne, einer ist Elite. Mal schauen, welchen Trapper der hat. Grans, du musst eine neue Wette aufmachen. Ja, ich weiß, mach ich aber nicht. Krau, Sunny, Rogue Vale und Markov. Sehr schönes Team. Ich Wolf, ey. Welche Map nochmal? Wir spielen gegen Krau auf jeden Fall. Grans, ich bin krank und mein Arzt hat jetzt durch dein Stream, dass ich gesund werde. Ich glaube, du solltest den Arzt wechseln. Das scheint kein guter Mediziner zu sein. Wieso lädst du jetzt so lang? So, welche Map nochmal? Ah, die hier. Okay. Oh, da gehe ich eigentlich auch immer gleich. Ich tue nämlich immer so, als ob ich hier so rüberfliege. Und in echt gehe ich aber ganz anders. Like a boss. Boah, hier wäre direkt... Aber kann ich jetzt nicht machen, dann wissen die, wo ich langgegangen bin. Frühstens, wenn ich da um die Ecke bin, kann ich was machen. Ach, Arschloch. Ehrlich, jetzt... Krau hat mich wie... Woher wusste Krau, dass ich in die andere Richtung gekommen bin, ey. Ach, ihr Wolf. Du machst das mir heute leicht, dich zu hassen. Friss. Na geil. Keine Ahnung, wie ich jetzt da davon gekommen bin, grad. Wieso hat er mich nicht getrappt? Entweder war er so überrascht, dass ich da langkam. Achso, das war gar nicht der Trapper. Kann das? Was? Wie bin ich da denn jetzt reingekommen? Davon habe ich noch jede Menge. Okay, du bist hier frei. Komm schon. Du sollst fliehen. Jetzt will ich weiter so. Nioooo Panzerung ist jetzt schon weg, ey, like a boss, Granz Hat der Kraken weniger Energie? Kann doch nicht sein, also entweder bin ich heute einfach ein richtiger Kackvogel oder der wurde eher was am Kraken geändert, das kann doch nicht sein, dass ich so auf die Fresse krieg heute den ganzen Tag. Na gut, klar, kann schon sein, aber hä, warum? Warum? Hmm. Friss weh, die treffen mich jetzt wieder. Jo, die treffen mich schon wieder. Bleiben wir um die Ecke rum. Ach da, die sind echt noch hinter mir. Hätte gedacht, die gehen andersrum. Okay, wir hauen ab, Leute. Und zwar nach da hinten rechts. Ich werde um die Ecke noch rumfliegen. Dann denken die hoffentlich, dass ich... Dass ich hier einmal rumfliegen möchte. Aber in echt evolve ich dahinter. Ey, heute bin ich einfach nur schlecht. Ehrlich. Nein, ich wollte es abbrechen. Ich habe gesehen, dass sie da kommen. Jetzt gibt es auf die Fresse, glaube ich. Alter, das ist nicht wahr. Schon wieder so ein knappes Ding. Okay, warte. Yo, geht doch. So, I'm out of here. Der Scheißpanser ist wieder weg Wow Was, der hat noch ein... Okay. Komm, komm, verpass ihn bitte in Strike. Flieg. Okay. Konzentration, Alter. Muss mich echt konzentrieren heute, ey. Das ist echt nicht feierlich. So, da unten sind welche. So schleiche ich überhaupt. Komm, friss, friss, friss. Was? Ehrlich jetzt? Die haben mich noch getrappt. Okay, wir müssen ihn da hinten fertig machen. Komm, komm, komm. Komm, komm. Mach ihn. So auf die Fresse bekommen aber leider wieder. So auf die Fresse bekommen. Nur, dass wir da wieder rauskamen. Heftige Scheiße. Kann ich eigentlich schon Evolven? Ich glaube nicht, ne? Ja. Ja. Das ist unglaublich, wie weit er kommt. Ja. 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 Leck mich, Alter. Komm. Der hat so wenig Trapper tot Bringt aber auch nix, wenn ich hier nicht hochkomme Okay Oh ja, da vorne sind schön viele Menchies Oh ja, da vorne sind Oh ja, da vorne sind Okay, wir kommen wenigstens auf Stufe 3, kriegen ein bisschen neue Lebensenergie, bin trotzdem nicht zufrieden, wie das hier läuft, das ist nicht schön. Schild ist weg, und der nächste Strike ist drauf, das ist nice gewesen jetzt, da haben wir mal was Gutes gemacht, ist da der, wow, okay, was, der ist ehrlich gelieft, nur weil ich ihn gekillt habe, ey, okay, das ist auch, die sind doch bescheuert, ganz ehrlich, ich weiß, die haben so gut gespielt, so wieso lief der, nur weil er einmal gestorben ist, Sinn? Ich weiß nicht, was ist das so, was ist das so, was ist das so, was ist das so, was ist das oder? Ja! Viel zu! Das Monsterkampf ist anstrengend! Das Monsterkampf ist anstrengend! Jetzt geht es! So, weg von ihrer scheiß Schilddrohne! So, geht doch! Gewonnen! Nicht? Ach, die beiden sind auch wieder da! Die beiden Bots! Weil die anderen ja gelieft sind, ey! Die Vollidioten! Ach, Mann, Evolve, ey! Ich mach erstmal kurz 5 Minuten Pipi-Pause jetzt, Leute! Aber ich bin mir noch nicht sicher,